Heute in diesem Video 7.2. Moinat ist... Ja, jetzt war es noch ein Video, also... Ja, ähm... War mir mega aufgeschickt, mal wieder. Das ist tatsächlich heute passiert, heute am... 7.2. 22, äh, 23, so... Ähm, also, hier ist der Netto. Ähm, sieht man ja. Dann bin ich hier rausgefahren, hier rechts oben. Und dann... Wollte ich geradeaus. Und von da hinten ist jemand hergeschossen gekommen und macht Lichthupe an den Hof wie blöd. Weil der rechts wollte und nicht hier, aber es war schon ein Auto. Und ich bin da hinten hingefahren, ja. Und dann bin ich da langsam hingefahren, weil logisch weiß, ich halte es nicht vor dem Mann hin, wie blöd. Und der ebenfalls da hinten mir hat dumme Lichthupe gemacht und hat... äh, blöder gehupt. Nur weil der hier schnell rechts rüber wollte. Was ist denn das für ein Vollidio, ganz ehrlich? Nur weil hier... Nur weil ich halbwegs nicht Platz machen kann, weil da halt schon wieder mal stand, kommt der dahin geschossen. Der muss doch mal langsam machen. Also, manche Autofahrer... die soll bei euch den Lappen wegnehmen, also ganz ehrlich. Manche Autofahrer sind aber auch nur dumm. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Und stopp. Untertitelung des Lappen Vielen Dank.